Was heißt er erstmal? Ich glaube wir werden es nie tun. Start. Naja an dem Projekt denke ich mal nicht. Im nächsten was da mit der 1.17 ist, das Vanilla Projekt, da wird auf jeden Fall der Neter und das End bei Zeiten besucht. Nicht so spät wie hier. Ist wenigstens schon eine Steigerung, dass er überhaupt besucht wurde. Wie soll ein letzten Vanilla Projekt uns doch auch besucht. Ne, ich glaube wir haben bisher noch gar keine Modpack, wo ich mitgespielt habe, mit eigenes End besucht. Ne, das stimmt. Nicht mal ein Seftech. Und Continuum bisher auch nicht. Also CO2, du kannst schon eine Perle werfen. Du hast doch genug. Ich will die Perlen lieber sparsam benutzen. Ach da, ich seh es, ich seh es, ich seh es. Wo? Ey bist du noch in meiner Nähe? Ne, du bist schon weitergegangen. Warte, 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 hier, hier, hier. Dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um. Ne, es ging darum, fuck ich komm da nicht mehr hoch. Ich hab mich gerade perfekt hier neben das Ding geportet. Also perfekt auf so ein Ding drauf. Läuft. Ich muss gleich einmal stehen bleiben. Hm. Darko, wo bist du? Ich bin schon weitergelaufen. Ich suche ja immer noch ein zweites Dingsbums. Der Elytra würde ich doch schon gerne noch haben. Wen ist der jetzt Akro, weil ich einen Grauen hab? Immer noch auf dich. Ja, hinter dir, hinter dir ist er. Ja, ich muss halt gerade ein bisschen sein. Jetzt bleib doch mal stehen, du scheiß Enderman. Das dauert. Hast du keine Goldöpel mehr? Ne. Warte. Ich hatte insgesamt nur vier. Ich hab vier gehabt und ich musste einige davon schon beim Ender Dragon Fight benutzen. Ähm, wir kommen beim Ender Portal wieder raus. Wo wir den Ender Dragon geklatscht haben. Ich bin gerade reingesprungen. Na, ich bin hinterher. Es wird jetzt aber wir müssten eigentlich einen zweiten hier haben, oder nicht? Ne. Das ist halt unsere Ecke hier. Hm. Na gut, ich komm auch zurück. Ich find so schnell keinen Wunsch. Ähm, ja, ich guck, ich geh jetzt. Äh, hallo? Äh, ich kann nicht ins Portal rennen. Ja, du hast den Fehler, den Dings hatte. Den ich hatte? Ja. Wir kommen nicht durchs Portal zurück. Ja, da muss ich ganz kurz, ähm, Dings neu starten. Ja, einfach nur dein Spiel. Ich bin auch reingesprungen. Ich kann auch nicht durch. Keiner von uns kommt durch. Reicht eigentlich einfach nur das Spiel, wie bei mir neu starten. Ja, bin gerade dabei. Ja, aber. Wir versuchen aus dem End raus zu kommen. Ja, hatte ich ja auch versucht, unfreiwillig. Ja, wir kommen aber anscheinend jetzt nicht mehr aus dem End raus. Dann wird's, dann wird's wohl an dem Plugin liegen, ne. Ähm. An dem Fehlhaften. Was hieß an dem Fehlhaften? Äh. Gibt keine Biome, kein gar nichts. Wie gesagt, ich weiß nicht, wo die auftauchen, Darko. Zum zweiten Mal. Ich habe mich da nie wirklich reingelesen. Äh, du hast ja grad die, äh, Dings Minecraft aus. Ist auch die Name gerade an? Die ist an, ja. Ähm. Bei mir like. Ich bin. Ansonsten kannst du mir Link zu dem Plugin mal stecken. Ich bin der Netafestung. Äh, in der Endfestung. Was? In der Overworld bin ich gespawnt. Hm. Ja, genau. Das hatte ich auch. Wenn du wieder zurück in die, äh, zu nach Hause willst, warte kurz. Ich weiß, wie wir zurückkommen an sich. Ja, ja. Ich warte hier, ich warte hier. Keine Problem. Mal von, äh, halt die Portale sind halt supergeil. Ich warte hier. Äh. Schau, ich hätte echt gern den Abspann gelesen. Ist doch immer das gleiche. Hm. 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 Ja. Ja, die Kiste so gesetzen sofort denn ich habe die vier dinge reingehauen ach so wenn das ein problem gewesen wäre ich habe sechs stück oder so davon noch so dann das erst mal ist rein noch erst mal nicht ich packe mir jetzt hier alles rein also ich wäre ready für den weg nach hause ja dann hier rein aber ich nehme eins der betten mit was soll die schweiß was dann ich habe mich zweimal rein geworfen und wird nicht im bild dann ist ja die dinge durchgegangen normalerweise ich habe keine erinnerung und wir sollten uns vereinbaren müssen durch den rap an sich ein bisschen jetzt müssen wir müssen davon einmal rum ist einfacher so mit weiteren 8 ender werden sollte das jetzt doch eigentlich funktioniert ich habe in meiner schalker box 26 ich muss doch vorhin farmen es ging mir anders so mal schauen ob ich jetzt durchkomme oder auch das stärke zeichnet sowieso neues oder es ist einiges neu bei mir funktioniert aber ohne abspann ich bin sofort bei uns zu hause da habe ich dein bett gerade abgebaut warum bist du direkt bei uns zu hause und wahrscheinlich seien es damit ok ich bin sofort am und das ist ja normalerweise so standard man sport ja auch nicht mehr in der festung dem ansprach bei seinem respond point das war bei uns die betten m und da ich sein port abgebaut hat hat er ja kein respawn point mehr so ein arsch ich muss mal noch meine äh ender chest äh 8 und 9 auf ender in der mitte 8 obsidien und das ender ach 9 auf ender ok naja das ging ja mal wirklich ruckzuck 200 blöcke deswegen konnte ich auch heute auch so schnell die dinge zu holen die öffnen es wird das beste was sie aus dem ganzen tun mit geholt habe waren die vier mal wow ähm so der weiße ender ist noch mal da was tradet er denn lily of valley ähm green dye sand duck oak sandling red dye und blue eyes ähm ich habe keine ahnung mir fehlt gerade echt die lust ehrlich gesagt an was am spiel ähm ich muss doch mal gucken wie viele folgen ich hier habe ich brauche eine gewisse anzahl heute äh sagen wir es so ich bin jetzt raus ich habe all meine sachen die ich in den ender kösten äh in meinen ender chest hab habe ich hier nen dings reingeholt ja äh wir werden da nicht rangehen wie gesagt ich biete die map hoch als download an 1802 wollen wir nochmal einen großen beaken kurz bauen äh können wir machen weil ich glaube mit zwei stacks emerald blöcken reicht oder? ja du brauchst glaube nur 80 stück ich glaube über 100 ne äh bei craft attack spark of phoenix hat er eingebaut aus oder bauen lassen ich glaube das waren nur 80 blöcke das hat ewig gedauert zu formen ja bitte auf einmal werfen wir sonst kann ich sie nicht aufheben so ähm ja dann guck ich mal euch zu also das war echt extrem auffällig die scheiße zu bauen äh ich muss noch mal eben runter ich muss mal eben gucken wie viel ich brauche eine spitzsacke weil ich weiß aus dem Kopf grad nicht wie hoch ich das Ding bauen muss eigentlich du hattest glaube ich mal die Frage gestellt wie viele emerald ich habe ja jetzt weißt du es 19 stacks äh ich brauche woher vier layer zum farm was für farm bei den villager ja dann sieht man dass du nie was gemacht hast du warst nur bei den villager ok und dann noch großkotz ich behaupte ich gehe untertage farm ich gemacht ich weiß ich nicht ich war hier untertage farm davon sehe ich nichts bei so vielen emerald blöcken ich habe ein stack äh diablöcke selber schuld warum gehst du nicht untertage farm wie viele hast du wie viele hast du wie viele hast du wie viele wie viele wie viele wie viele wie viele ja klar nö ich schieß die lama ab oder den da die reichen nicht die emerald blöcke die reichen nicht die emerald blöcke ich sehe grad mir fehlt ein herz ich bin gar nicht gestorben aber mir fehlt ein herz was mir fehlen auch alle herzen alle mir nicht also alle extra herzen ne mir fehlt da nur eins also wie viele wie viele hast du im inventar gar keins ich hab bin mit 48 leveln aus dem end raus und hab die dann in mein schild gepackt so ich hab jetzt wieder alle extra herzen keine ahnung was das war also ich hab leider nicht noch mehr co2 ich kann noch 10 emerald blöcke dazulegen normalerweise reichen doch 80 aus ne über 100 und äh knapp ein bisschen mehr als 2 stacks braucht man aber 2 stacks wären ja schon über 120 ja 2 ich mein 180 oder so braucht man gut ich hol den nächsten stack sicher ja das waren jetzt 2 stacks ich kann jetzt in die blauen drauf platzieren ja wir brauchen noch mehr muss ich aber erst zusammen craften puh dann kann ich meine diablo auch wieder was habe ich jetzt bekommen bring home to beat weil du in den beat reingekauft hast ich hab noch 46 stück ne ne das kann nicht sein ich hab vorher schon mal in den reingekauft weil ich von haste auf speed geschalten hatte das teil hm so ich hab jetzt nochmal 46 stück mehr hab ich nicht kann es sein weil der hat ja 3 unterschiedliche ne 4 unterschiedliche höhenstufen dass man mittlerweile für jede eins kriegt ne ich hab auch keine tüfe ok dann ist das ganz merkwürdig aber ich hatte halt schon mal in den reingekauft weißt du noch daco wo wir vorhin ja genau haste auf speed geschalten hatten passt das jetzt hier 2 speed 2 oder speed 1 und regeneration speed 1 und regeneration würde ich sagen oder oder stärke 1 und regeneration das ist egal oder stärke 1 natürlich dann oder stärke 2 aber ohne regeneration genau ist mir doch egal such was aus gut ähm sind noch welche übrig oh wow möchtet ihr heute noch irgendwie was machen weil dann würde ich meine level auch abgeben ähm ich hab aktuell 1 2 3 4 5 6 7 ich muss mindestens noch 2 folgen dann aufnehmen warum musst du unbedingt auf diese hundertste folge kommen weil die hundertste mit meiner tochter ist ja gut dann mach das labyrinth zum beispiel noch also wenn ihr jetzt noch irgendwas haben wollt ich hab jetzt 71 level ich würde die halt noch zur Verfügung stellen packst du einfach in dein schild rein das nützt nichts wenn die welt runtergeladen wird weil ich werde nicht mit plugins spielen kannst du auch nicht im single player außer du haust es auf einem server ja und ich glaube nicht dass die player das mal mit dabei sein wird beim weltdownload deswegen die level werde ich dann verlieren ja und dann ist das halt so meine güte ist doch nicht so schlimm ja aber dann kann ich euch doch jetzt grad besser die äh level zur verfügung stellen falls ihr noch irgendwie was haben wollt dann musst du dich von daco töten lassen ich kann auch mit den 71 level noch bücher für euch verzaubern ich wollte grad fragen ja ganz ehrlich ist mir schnuppe aber was soll ich mit sieben level nicht von ihm an Kriegern ich brauch's nicht ich auch nicht bin ich ganz ehrlich also ich will ihn one we one machen ich bin ein 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 ich bin ein